Ich habe keine Ahnung wo ich hin muss. Ich glaube ich habe mir verlaufen. Chick Chick Street. Okay. So. Da braucht er. Ich kann mit dir sprechen. Hey Kerl. Ich geh mal weg. Ja doch, sorry. War ich doch. Aber ich muss auch trainieren. War das Absicht? Wenn jemand einen Fettband sehen will, dann setzt er sich zu Hause vor den Spielen. Hm. Hm. Jo Jo, schon mal Rainbow Poppers geschmissen. Purple Haze. Hab alle Farben des Regenburgens. Zeig mir was du hast. Ich habe keine Ahnung wo ich bin und was ich tun muss. Das nervt so bis auch. Mhm. Ah ja, danke für's Gespräch und so. Erzähl mir ein bisschen was von dir, Zucker Steck. Können wir uns? Nö. Du hast doch bestimmt eine Ahnung wo ich mich finde. Keine Zeit. Hm. Hm. Schöner Tag, oder? Hm. Ich suche nach Rohmaterial. Ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Ich komm ein andermal wieder. Kannst kaum erwarten. Was ist mit dir? Kaufst du was, oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Ich suche BDs. Der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Polizisten sind wie Kinder. Mama und Papa lassen die nicht alleine raus. Was? Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit nem Feinschmecker zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Weißt du was Interessantes für mich? Ähm. Weißt du was Interessantes für mich? Weißt du was Interessantes für mich? Nicht kompatibel mit meiner Software. Nicht kompatibel mit meiner Software. Also Europa ist weiter mit meiner Software. Nicht kompatibel mit meiner Software. Was ist das? Weißt du was? Hat mir ist das? Oh nein. Trifte ich mit Juri bei ihrem Willen. Jupp, bin unterwegs. Okay. Guten Tag. Ja, ich möchte ja. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Hey, wie? Kann losgehen. Ah Gott, jetzt wird's grausam. Denke ich. Schreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Hm. Pause, halten, editier-Modus. Wie, editier-Modus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Na, Skeffrau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedies drehen und nicht nur Leute ausweiden. Muss ein Skeff sein. Sonst zieht sich niemand so an. Wenn du nichts Nützliches siehst, versuch die Ebene zu wechseln. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka & Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig-Scheiß. Und kalt. Mhm. Bucket-Slice. Scheiße, hab ich schon geholt. Skepsis. Okay. Okay. Ah, das ist doch. Okay, der hat hier mal Wurscht, Audio Wurscht, visuell. Willkommen. Okay. Vielleicht einen Tag alt, aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Bucket Slice, was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, hier. Electric Corp-Logo auf den Overalls. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp-Kraftwerk bei einem Bucket Slice. E.C. hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Bucket Slice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Jo, natürlich bin wir sicher. Okay. 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 Also ein altes Electric Corp-Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erst mal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Der Film, den ich mal gemeint habe, war, was weiß ich, wie viele folgen. Strange Days heißt der. Hieß der. Von irgendwann in den 90er. Dann ging's eben auch drum, dass sie die Menschen so Clips reinzogen haben. Los, wir müssen da hin. Ja, fahren wir zusammen? Natürlich. Okay, auf geht's. Dann mal los. Wird die Bilder nicht los. Aus der Todesmutten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich mein, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Okay. Hm. Also wird wieder hell, wir haben den anderen versetzt. Ups. So. Kann ich hier speichern? Nicht wirklich. Natürlich. Okay, dann überspringen wir die Reise. Kann ich jetzt speichern? Nein. Okay. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay. Okay, dann mal los. So, aber jetzt kann ich speichern, oder? Ja. Spiel gespeichert. Schließen. Ich sage vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's.